yo leute was geht ab herzlich willkommen zur mittlerweile schon fünften folge von minecraft schnell und einfach heute werde ich euch zeigen wie man schnell und einfach ein dorf in minecraft finden kann und damit wünsche ich euch viel spaß dörfer können nicht in jedem biome spawnen das ist zum einen gut und zum anderen schlecht wenn es um die suche nach dörfern geht denn zum einen haben wir jetzt natürlich nicht in jedem biome die möglichkeit ein dorf zu finden und wir müssen erstmal die biome finden wo überhaupt ein dorf eben spawnen kann aber auf der anderen seite ist das ganz gut denn wir wissen auch direkt dass wir einige biome einfach ausschließen können weil da auf jeden fall kein dorf spawnt ein beispiel dafür sind zum beispiel dschungel im dschungel müssen wir uns gar nicht erkunden weil wir genau wissen dass von sowieso nichts und ja dschungel ist halt so insgesamt so wie so ein bisschen schwieriger zu erkunden als jetzt zum beispiel das flachland weil man beim flachland einfach durchlaufen kann und man hat da keine großen hindernisse quasi aber im dschungel halt eben schon und die biome wo halt dörfer vor allem spawnen sind eben das flachland zum einen dennoch die savanne die wüste die fichtenwälder und auch die taiga und da seht ihr schon das sind alles biome die man eigentlich relativ gut erkunden kann im vergleich jetzt zum beispiel zu eben ja diesen dichten dark oak wäldern oder eben dschungeln oder auch bergen das ist natürlich auch immer ein bisschen blöd da erst drauf zu klettern und dann halt doch nichts zu finden und das bedeutet ihr sucht euch also als erstes natürlich diese biome raus und lauft dann am besten einmal quer durch so dass ihr einen großen überblick über halt das ganze biome bekommt und halt auch jede letzte ecke davon quasi absuchen könnt und so bekommt ihr dann einen relativ guten überblick wie gesagt über das biome und ich meine dörfer sind ja auch relativ auffällig sage ich mal also übersehen solltet ihr sie eigentlich nicht und an der stelle noch ein kleiner pro tipp oder ja mein tipp zumindest ich habe zwar keine beweise dafür gefunden oder auch keine daten die das irgendwie belegen aber so von meinem gefühl her würde ich sagen dass ihr vor allem auf wüsten achten solltet ich habe jetzt in letzter zeit sehr sehr viele seed videos gemacht und sehr viele welten generiert quasi und eigentlich jedes mal wenn ich eine wüste gefunden habe habe ich in dieser wüste mehrere dörfer gefunden und das ist ich weiß nicht ob das an der version liegt oder sowas oder ob das tatsächlich in minecraft eingebaut wurde aber in wüsten findet man wirklich sehr sehr viele dörfer und auch sehr schnell auch meistens mehrere dörfer pro wüsten biome und das ist halt schon wirklich ein sehr guter tipp und dazu kommt dann noch dass wüsten natürlich super einfach zu begehen sind also da ist ja wirklich gar nichts im weg und man hat sogar auch noch die möglichkeit um da pyramiden zu finden die natürlich dann auch noch mal ein bisschen ja loot haben und paar schätze bergen die euch dann schnappen könnt und dementsprechend ist mein pro tipp eigentlich hier vor allem wie gesagt wüsten zu finden und noch ein pro tipp ist vielleicht damit ihr das ganze noch ein bisschen einfacher erkunden könnt das wäre die elytra zu benutzen damit könnt ihr nämlich fliegen und damit könnt ihr halt sehr viel schneller umher reisen als halt zu fuß zu laufen und könnt halt eben auch von oben auf die biome runter gucken und da dementsprechend halt auch die dörfer sehr viel einfacher finden und ich denke das sind so die zwei haupttipps ansonsten gibt es leider kein hack dafür ihr könnt natürlich auf irgendwelchen website neuen seed eingeben und dann kann der euch auch ausrechnen wo die ganzen dörfer spawnen und so weiter das finde ich persönlich aber nicht so cool das ist ja irgendwie schon entschieden würde ich sagen bin ich nicht so ein freund von aber wie gesagt wenn ihr möchte könnt ihr das natürlich gerne machen aber ansonsten wie gesagt achtet auf die biome achtet vor allem auf die wüste und das waren so meine guten tipps meine besten tipps eigentlich und so ja ich würde eigentlich sagen die funktionieren fast immer also wie gesagt jedes mal wenn ich in die wüste laufe finde ich ein dorf dementsprechend würde ich sagen wenn ihr bis hierhin geschaut habt schreibt mal hashtag dorf in die kommentare und ich hoffe dass euch die tipps weiterhelfen dass ihr auch ein dorf findet und wenn ihr bis hierhin geschaut habt wie gesagt hashtag dorf in die kommentare vergesst nicht die kanal zu abonnieren denn das geht auch schnell und einfach und hilft mir sehr und ich würde sagen wir sehen uns bei einem weiteren video bis zum nächsten mal haut rein und ciao